Willkommen zurück bei Mario Kart Super Circuit und ich glaube wir haben verficktes Problem denn wir sind dritter mit Joshi und ich weiß nicht in welcher Lab wir sind am besten fahren wir einfach mal weiter und los okay zwei Lad ich weiß auch gar nicht wo wir sind das ist schon Special Cup hier Fick den Scheiß und schießt Oh Gott Jesus Christus Wieso kriegst du so viele Pilze Joshi ich wusste gar nicht dass du drogenabhängig bist Scheiß die Wand an Oh Gott Ich hab wie so ein besoffener Dino Achso, mir Joshi Zack Zack Ha 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 Mioom Wieder ein Pilz Mama Oh Gott Gib mir eine Bananen Schau Ich muss ja auch aufbeschwören Gut, legen wir die einfach mal da ab Ähm Boah Fall da bloß Ich runter schlappe Oh Gott Ich bin ja ein Pilz Was ist denn das hier? Juhu Ein bisschen Zeit gut machen Können wir uns ruhig leisten Ja Pitch ist es heute Boah Geht der noch mit 7 Sekunden Abstand Hat er ganz schon Zeit gut gemacht Muss ich sagen Pause Kasse 4 Na dann machen wir mal Juhu Oh Mann Ich hab auch nie so einen Turbostarter Ne? Nur mit ganz viel Glück Und sagen wir mal ehrlich Wann hab ich schon Glück? Oh Scheiße Oh Gott Jesus Nein 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 Tipps Seht die gar nicht nach mir her? Es geht Oh yeah Bad as Motherfucker Scheiße Oh Gott Oh Das ist auch noch eine Kante Ich dachte da kann ich rüberjumpen Aber irgendwie so Doch nicht so Oh Gott Weg mit euch Ihr kleinen Viecher Was war das? Ich baue das kleine Kinder Igitt Oh Jesus Ne Hab ich getroffen? Wie nice Noch einmal Peach du darfst meine Kette in die Hand nehmen Das hab ich nicht gesagt Oh Gott Ich bin so doof Aber du Wo du wohl goest alter La war kein Scheiß Ja genau In dein Ne Hinteraxe Was da Obwohl es war Luigi Ich hätt's dir gegönnt Hätt's nicht mehr Oh Boah Mann Ist das ne Kacke hier Ich hasse Bauser ja ne Nicht nur als Gegner Sondern auch so Als 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 Schildkröte Ja Der ist so total Unmenschlich Und asozial Denn er macht überall Feuerhelfen Und das mag ich so gar nicht Denn ich muss Münzen einsammeln Und das kann man so schlecht machen Und das kann man so schlecht machen Irgendwie habe ich das Gefühl Dass man das nicht verleeren kann Ähm Ich mein Am Anfang des Space bin ich Fahren wie so ein Naja Anfänger Aber so langsam Bin ich voll gut Junge als Moll Du führst 50er Kapp Halts Moll da hinten Ja Immerhin fahre ich ihn gut Ja tut mir leid Aber ich muss mich selber auch mal loben Na ich hab das nötig Gib mir die Münzen mit Denn ich bin ein Bonsen Dino Der durch Naja Naja Hindernisse waren es ja nicht Naja eigentlich schon Aber Gott Das sind schon die Ziele Ja Weee Und ich bin immer noch ein bisschen der Kette Deswegen bin ich gerade am Hustenbonche lutschen Und ich versuche gerade zu Äh gut zu überspielen Dass ich lutschen gesagt habe Da merkt man aber wieder Nein Warte mal ich kann gar nicht verlieren Aha Wie geil Wenn ich das hier gewinne Ich drehe so am Rad Lalalala Von den Sternen darf man nicht getroffen Nein von den Sternen darf man nicht getroffen werden Tobi Natürlich Mama Scheiß die Wand an Peach hat den Stern Auf dem verfickten ersten Platz Ah Du bist ein kleiner Hundesohn Luigi Ja Gibt es mir hart in mein Gesicht Das hat Joshi total nötig Ah Nein Nein Haha Nein Das ist nicht fair Ohne Scheiß Das ist so unfair Mann Ich muss jetzt aufholen Ich muss wenig so vieler werden Alter Ja Was war das denn Das verstehe ich jetzt nicht Wieso bin ich jetzt auf einmal Hä Ach komm Ich bitte euch Hm Ein Pilz Klar Oh Ey Die Bahn kotzt einen so an Mich auf jeden Fall Ey Das ist so alt Artig Scheiße Nein Ich werd nicht mal mehr Fünfter Ey Ja Natürlich Wenn das nicht mal peinlich ist Ey Das war die erste Flagge Scheiß die Wand an Ey Ey Ohne Witz Fick dich Bowser Du bist doch schön Da Ich sieh Deine Castle Oh Ey Ohne Witz Ey Verpiss dich Luigi Ey Ohne Scheiß Luigi Du bist viel leichter als ich Ne Normalerweise müsstest du so weggekickt werden Wenn ich die Schramme Und müsstest du die Münzen verlieren So viele Farben hier Ich bin auf Crack Na Haha Na ich würd sie nicht empfehlen An mir vorbeifahren zu wollen Luigi Wenn ich jetzt ruhig fahre Und jedem der mir entgegenkommt Ne fette Klatsche gibt Ist nix los hier Aber ich glaub das hing auch damit zusammen Weil ich einen Stern hatte ey Ohne Scheiß Weil Dann wär ich glaub ich nicht so weit nach hinten gefallen Und dann wär glaub ich noch nichts los gewesen Ey und der noch noch Bowser Erste ey Ey Der wär selbst ich ungläubig Ohne Witz Boah Wie viel Abstand ich jetzt schon aufgebaut hab Ich muss mich konzentrieren Es ist echt schwer Ich hasse diese Regenbogenbahne ey Bei jedem Mario Kart ist sie so beschissen Nein Ich hab jetzt einmal hintereinander Diese Free Coin Wahl verpasst ey Mann Nimm was von Abstand Kommt mindestens 5 Sekunden Locker Ich musste ne Karte Ich musste ne Flagge wegschmeißen Rang B Schlecht Schlecht Mama Schlecht Mama Jo alles klar So Fünftiger Cup Scheiß Auf in den Mushroom Cup Mit Bowser Mir werden keine drei Flaggen reichen Das sag ich euch jetzt schon Oh Was hat der denn für ne Kurvenlage Ist der Heavy A Scheiß Die Wand an Aber es geht Noch kann man das hier fahren Können wir schon dabei sind Können wir auch jede Menge Münzen einsammeln Die Wand Die Wand Überleben wir uns noch scheiße Ja Ja doch oh Gott nein warum ist eigentlich Peach immer eine der Top 4 das ist so unlogisch und natürlich die siebte ich wollte mehr geht jetzt ich habe jetzt ehrlich gesagt haben wir das ganz schwergewicht jetzt mal so ein bisschen nach vorne kommen das heißt ich habe hier wenn jetzt bau seit kei barrio und mario war es auch ein bisschen fülliger und kommt auch nicht so leicht vom fleck leck der kopf verpiss dich verpiss dich habe ich gesagt ohne scheiß es war so klar ich muss deine mutter mario verpiss dich so jetzt geht es los hier zack zack so jetzt ist wieder alles bei der richtigen ordnung jaja fahr mehr vorderein mein freund habe ich überhaupt kein problem mit so fahren wir nach hinten lalala 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 und ich fahr natürlich direkt mit dem gesicht voraus in diese scheiße meine fressen krabben stehe ich voll obwohl so an sich krabben esse ich gerne ne schnortikrabben mhm bayonnaise und auf brot und auf weißbrot vor allem oh ja geil aber Sonne nicht mein kaliber beach und die kate fühlt sich ja zu hause wenn ich die verpflegte findest du scheiße und ja das darf ich sagen ich meine es ist bausam ja bau noch gefühlt mhm was bosa wohl hat bosa hat Hunger menschenfleisch uah auf kleppner ja 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 hier wir gehen du frisst gleich direkt durch kleine schlampe ich werde dich gleich wieder entführen da geht ich gehe nach Joshua hier hast du Joshi du kleine Missgeburt Joshi ist ja in echt bausas fehlgeborener Sohn ist ja leider so ein Dino weil bosa der ollen fremdgegangen ist nein scheiß die Wand an der ist doch mit absichtlich abgebremst alter wann kann der Monomo scheiße hier so kommt meine Freunde danke ihr Opfer kommen die Münzen lasse ich liegen er scheiß drauf ohne Witz so ordentlich driften ist mit denen aber auch nicht muss ich jetzt mal ehrlich sagen also mit Bowser driften geht gar nicht kriegen wir halt hier hin böser Fehltritt letzte Go ich gebe dir gleich Go einfach ein bisschen vom Gas steigenden geht das mit Bowser und genau ganz knapp formal kommen wir noch ins Ziel ey eine Sekunde nicht mal ey jetzt hier muss ich ja wohl gewinnen das ist meine Burg ich muss hier gewinnen fickt euch fickt euch meine Items meine Münzen wenn ich mich so ein Feuerballball treffen würde dann müsste es mich eigentlich voll den Anschub geben müsste er mir eigentlich voll den Anschub geben Alter was ist denn mit meinem Deutsch heute los ey voll die Ostdeutsche Sprache heute ey fickt euch selber Mario das wird noch los oh Regenbogenstern nein fickt euch Mario du kleiner italienischer Lutscher Kamei du kranker Bastel jetzt habe ich verloren jetzt kommt nämlich keine Ballon meine letzte Chance wenn du keine rote bist dann bin ich verloren nein wie knapp wie knapp 50 Millisekunden scheiße und was kriegt für ein Cup mit dem zu sehen ab sie an zufrieden gut das war es mal wieder für Mario Kart Super Circuit wir sehen uns zum nächsten Part mit Bauer so wieder das ist so schlimm sein, Alter. Vario auch mit Decay. Obwohl er ist der Langsamste. Ohne Scheiße, er ist der Langsamste. Mit ihm wird's sehr lustig. Gut, merken wir es uns. Wieder in den nächsten Bad von Mario Kanzloser. Ich hoffe, ich hab euch gefallen. Und bis dann, ciao.